Musik Ach du Scheiße Wer hat denn hier gewütet? Gehen Sie oben lang, halten Sie nach Zielen Ausschau Aber er hat ein Helmchen, vielleicht hat er was Tolles Gibt nur einen, wie ich das herauszufinden Umbringen und auslooten Bingo, ich wusste es doch irgendwie Hier entkommt mir nicht Oder hier entkommt mir doch Aber ihr geht in die völlig falsche Richtung, Kenners Es sind ein Haufen Leute hingegangen, aber Hä? Die sind ausgestiegen und haben sich gedacht Oh geil, Hackbraten Komm und holt mich Er war sowieso bündig mit der Wand Schon wieder Panzer Ja Mensch Sie hatten recht Sehen Sie? Hab ich es nicht gesagt? Have you ever heard the sound of Panzer? Breaking a window? Would you like to? Tja, der braut sich jetzt ein anderes Süppchen Inhale Das ist bullshit Hier Mach auf Woher ging das nicht? Ja Da liegt er einfach noch sein Körper Oh boy, die Mission war echt Uff da da Gucken aber, ob ich ihn noch von meiner Kunst überzeugen kann Probably not Probably not Probably yes Das ist jetzt mal am besten Game over Game over, man Game over Kommt rein Kommt rein Tür ist offen Tür ist immer noch offen Tür ist immer noch offen Ich bin echt ein bisschen zu fies für diese Welt Kann das Das ist gerade viel interessanter Ich glaube, ich habe sie verschreckt Ich glaube, die haben Panik Die haben richtig Arschpanik gerade Ich habe ins Leere geschossen Und irgendwie habe ich das Gefühl Die haben einfach nur Panik jetzt Die haben einfach Angst Das fällt dem nicht auf Ich habe Panzerschreck freigeschalten Nu ist Ende Oh shit, Kids Nu ist Ende Wir können das Ding in jede Mission mitnehmen Oh Alter, jetzt ist Ende Gelände Das Gelände hat sein Ende Ja, danke Das Spiel ist bugfrei Oder wenn ja So wenig, dass er gar nicht vorhanden ist Du hast dich gerade durch die Barriere gemorbt Arschloch Nice Mein Händchen Alter, was zur Hölle Guck mal was los mit dir Ihr habt es ja nicht anders gewollt Jetzt ist Schluss No more Mr. Nice Guy Ich habe so den Sack dicht Von eurem Bullshit Weißt du was? Komm, ich gebe dir Sonderbestattung Ja Durch den Boden geglitscht Wunderbar Wie gesagt, ich habe die Schnauze voll von eurem Müll Blutsch da dran Ich mache mir jetzt echt Freunde Ich weiß das Oh, erst die Waffe aus der Hand geschossen Und dann voll in die Scheibe Wenn ich da jetzt drauf schieße Passiert nichts Ist offenbar kein Propane Okay Propane Ist das Problem an der Sache Du sagst Transformator Ich sag What? Ach da Das soll ein Transformator sein Für mich ist das eine exklusive Torge Da habe ich jetzt extra ein bisschen niedriger gezählt Gezielt soll ja wehtun Ah Einmal durch den Darmtrakt Habe ich mir jetzt den Arsch geschossen? Ja Ja Hui Oh, am Tischbein vorbei Selbe Schicksal wie sein Kumpel Ich habe gar nicht realisiert Dass ich jetzt mittlerweile ja wieder ein bisschen cool bei den Leuten bin Also ich bin das gar nicht gewohnt mal nicht gejagt zu werden Aber ich habe ein Sechfrau gesetzt Also Ne, die gucken da nur doof Das ist irgendwo schon fast noch amüsanter Das ist wirklich Das ist wieder so ein schönes Beispiel der KI Ich war noch nah Ich war noch zu nah dran Mhm Das ist okay Was? Bitte was? Was bitte? Bitte was? Was, 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 was denn? Nö, 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 nö Oh Leute, nein Sorry, aber Nö Ich kann nicht Einer Noch einer Und Oh sorry, aber das war zu schön auf Papier Ich konnte nicht widerstehen Wie viele sind es It's one dangerous boy Ein wunderschöner Tannenbaum und so viel Lametta Wir sind beide Soldaten Wir sind Kriegsarbeiter Wir lieben unsere Arbeit Speak for yourself Wir haben nichts gemeinsam Ich kann nicht glauben Ich kann nicht glauben, dass er den Aufzug nimmt Ah Yo, das ist mein Panzer Das Ding gefällt mir Komm, nochmal for good measure Lass euch nochmal hoch Oh Oh, finishing shot Oh, I understand Ich hab jetzt einfach mal drauf geraten Vielleicht genau zwischendurch, aber ist nicht wichtig Ist ja nicht wichtig Look at all those missiles Oh, scheiße Ich wusste sogar genau, dass er hier ist Aber ja Oh, no Wunderbar Oha Press F to fuck up Wahlen ist tot Hey, Stoß, Leute Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen Obwohl es ein bisschen sehr kurz ausgefallen ist Sorry dafür Auf jeden Fall Sollt euch das Video gefallen haben Hinterlasst doch bitte ein Like Oder und ein Kommentar Wäre super cool von euch In der Regel alles zu diesem Kanal Findet ihr unten in der Beschreibung Bis zum nächsten Mal Ciao, Leute Bye